Jochen Fritz Meinke ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Er ist mit 307 Einsätzen und 10 Toren Rekordhalter des Hamburger SV in der damals erstklassigen Fußball-Oberliga Nord. In der Saison 1959-60. gewann er als Kapitän mit den Rotosen die deutsche Fußballmeisterschaft. Laufbahn Der mit Spitznamen Jocki genannte Jochen Fritz Meinke begann seine Karriere als Jugendlicher beim SC Sperber Hamburg. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wechselte er zum 1. Juli 1945 in die Jugendabteilung des Hamburger SV. Zur Saison 1949-50. wurde er aus dem Nachwuchs der Rotosen in die Ligamannschaft in der Oberliga Nord übernommen. Dem neuen Trainer Georg Knöpfle wurden am Roten Baum daneben noch die Neuzugänge Josef Pusipal, Werner Harden und Rolf Rohrberg zur Verfügung gestellt. Am vierten Spieltag, den 9. Oktober 1949, debütierte der Nachwuchsspieler beim 5 zu 2 Heimerfolg gegen Hannover 96 auf halbrechts in der Oberliga Nord. Durch eine schwere Meniskusverletzung, dadurch verpasste er auch die Goodwill-Reise des HSV im Sommer 1950 in die USA, kam er insgesamt zu nur 3 Runden einsetzen und konnte deshalb auch 1.950. nur 6 Ligaspiele bestreiten. Als mit Torhüter Horst Schnurr zur Runde 1.952-53 der nächste leistungsstärke eigene Jugendspieler erfolgreich in den Ligakader nach rückte, schaffte Meinke mit 33 Oberliga-Einsätzen und vier Toren entgültig den Durchbruch zum Stammspieler. Nachdem in der Saison 1954-55 mit Huwe Seeler, Klaus Stürmer und Jürgen Werner drei überdurchschnittlich begabte Nachwuchsspieler zum Kreis der Ligamannschaft gekommen waren, nahm der HSV auch überregional, sprich im DFB-Pokal und der Endrunde um die deutsche Meisterschaft Fahrt auf. Im ersten Finale stand die Mannschaft um den Außenläufer- oder Stopperspielenden Meinke 1956 im Wettbewerb um den DFB-Pokal. Es folgten die Endspiele um die deutsche Meisterschaft 1957 und 1958. Beide Endspiele wurden aber verloren. In seiner 11. Oberliga-Saison, 1959-60, holte der jetzt schon länger von der Außenläuferrolle zum Mittelläufer aufgerückte Kapitän Meinke am 25. Juni 1960 in Frankfurt mit dem HSV durch. Einen 3 zu 2 Erfolg gegen den 1. FC Köln die deutsche Meisterschaft nach Hamburg. Gegen den westdeutschen Meister erwies sich die stabile Defensive als Schlüssel zum Erfolg. Mit den Stürmern Helmut Rahn, Christian Breuer, Christian Müller, Hans Schäfer, Karl-Heinz Thielen und den zwei offensivfreudigen Außenläufern Josef Röhrig und Hans Sturm hatte die Geißbock-Elf eine herausragende Offensivqualität vorweisen können. Insgesamt absolvierte der stets ruhige, sachliche und nervenstarke Leistungsträger von 1951 bis 1962 mit den Rothosen 52 Entrundenspiele um die deutsche Meisterschaft. Das Debüt in der Endrunde gab Meinke am 27. Mai 1951 beim 5 zu 1 Heimerfolg gegen Preußen Münster als rechter Außenläufer neben Juppusipal und Heinz Spundflasche. Sein 52. Entrundenspiel absolvierte der HSV-Kapitän am 5. Mai 1962 bei der 1 zu 2 Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt als Mittelläufer. Unterstützt durch die Außenläufer Jürgen Werner und Dieter Seeler. Einen nicht unbedeutenden Beitrag zur Leistungsstärke des HSV in der Oberliga-Ära leisteten die internationalen Freundschaftsspiele gegen Ausländische Spitzenmannschaften. Meinke und Kollegen traten unter anderem gegen Manchester United, Real Madrid, CF Barcelona, AC Mailand, Penarol Montevideo, Benfica Lissabon und den FC Santos mit Pelé an. Sie mussten aber auch als Ersatz für seine bescheidenen Auswahlberufungen herhalten. Lediglich am 24. April 1954 wurde der langjährige HSV-Leistungsträger vom DFB in einem B-Länderspiel in Offenburg gegen die Schweiz eingesetzt. Zudem spielte er in der Zeit von 1955 bis 1960 sechsmal für die Auswahlmannschaft des Norddeutschen Fußballverbandes und erzielte dabei ein Tor. Im Europapokal der Landesmeister 1961 bei den Spielen gegen Young Boys Bern, FC Burnley und in den drei Partien gegen den FC Barcelona überzeugte der Abwehrdirigent der Hamburger auch in diesem Wettbewerb. Auch gegen die international anerkannten Angreifer wie Anton Alemann, Eugen Mayer, Ernst Wechselberger, Jimmy McIlroy, Brian Pilkington, Jimmy Robson, Roy Pointer und dem mit Stars gespickten Katalanen Angriff um Sandor Coxes, Laszlo Kubala, Evaristo, Luis Suárez und Zoltan Chibor. Bestätigte der HSV-Routinier seine Wichtigkeit als Abwehrdirigent und Runderpool für das Defensivspiel des HSV. Zu den Europapark-Abspielen wird Meinke bei Winke zitiert. Sein letztes von insgesamt 307 Oberligaspielen für seinen Verein absolviert Hornjorki. Meinke am 3. Februar 1963 bei der 1 zu 2 Heimniederlage gegen Altona 93. Er stand dabei mit den Mitspielern Horst Schnorr, Gerhard Krug, Jürgen Kurpion, Jürgen Werner, Dieter Seeler, Uwe Reuter, Harry Beere, Uwe Seeler, Peter Wolf und Gerd Dörfel auf dem Platz. Danach übernahm Hubert Stapelfeld kurzzeitig seine Position als Mittelläufer. Erst mit dem Zugang von Nationalspieler Willi Schulz zur Runde 1965 66. konnte aber der Wackerns in der Defensivzentrale des HSV begegnet werden. Den Erfolg der Oberliga-Ära brachte diese Personalie aber nicht zustande. Der Rekordspieler mit Vorbildcharakter wurde oftmals als Vater der HSV-Meistermannschaft von 1960 bezeichnet und war nicht nur durch seine Vereinstreue eine Integrationsfigur und bei allen Erfolgen von 1950 bis 1963 alleine 13 Meisterschaften in der Oberliga Nord des Hamburger SV. Zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Einführung der Bundesliga dabei. Nach Einführung der Fußball-Bundesliga zur Saison 1963-64 kam Meinke nicht mehr zum Einsatz. Er stand aber noch mit einem Ehrenvertrag bis 1965 als Aktiver auf der HSV-Gehaltsliste und bestritt auch noch bei der Amerika-Reise im Mai 1964 in New York ein Spiel gegen den FC Liverpool. Meinke wird sich später erinnern. Der Oberliga-Rekordspieler beendete 1965 offiziell seine Laufbahn und war später von 1979 bis 1992 als Leiter des HSV-Leistungszentrums am Ochsenzoll. Tätig. Auch sein Bruder Ulrich war HS-Fair. Erfolge. Deutscher Meister. Erfolge. 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 Erfolge.